Lektion 9 Ämter und Behörden Übung 6 A Ich muss jetzt gehen. Ach nein! Doch, ich muss jetzt gehen. B Kannst du heute kommen? Nein, tut mir leid. Du kannst kommen, da bin ich sicher. Aber du willst nicht kommen. C Ich kann schon lesen. Das glaube ich nicht. Doch, ich kann schon lesen. D Wir wollen jetzt fernsehen. Nein, jetzt nicht. Wir wollen aber fernsehen. Ihr könnt aber jetzt nicht. Übung 8 Warten Sie einen Moment. Warten Sie einen Moment. Unterschreiben Sie hier. Bezahlen Sie an der Kasse? Machen Sie einen Deutschkurs. Machen Sie viel Sport? Übung 9 Kommen Sie heute? Kommen Sie heute um 5. Schlafen Sie gut. Essen Sie ein Brötchen. Essen Sie einen Apfel. Trinken Sie viel Milch? Lernen Sie jeden Tag 10 Wörter. Lernen Sie jeden Tag eine Stunde? Sind sie jeden Tag 10 Minuten. Central der Kunde. SWIM 15 близ implymalen Sie ein Brotchen. Bezahlen Sieexisting. Und das war ja. Vielen Dank.